Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer. Wir sind die Movie Cannibals und knallen uns heute drei Filme rein, beziehungsweise haben uns schon drei Filme reingeknallt. Und zwar Rippy, das Killerkanguru, die feinfühlige Vampirin sucht Lebensmittelopfer und All My Friends Are Dead. Im Englischen findet man es unter Amphat mit einem, wie heißt das, Hashtag. So richtig krass, richtig krass für die jungen Teens. Ja und ich bin Till natürlich, der Esel nennt sich immer zuerst und mit dabei Werner und Zero, was geht ab? Moin moin, gute Laune geht ab und bei euch, cheese Bruder, was läuft? Ja, das ist der Jugendslang, weil wir nämlich Amphat geguckt haben. Hashtag Peace. Meine Tochter hat übrigens letztens zu mir gesagt, Papa, du verstehst das nicht, du kannst keine jugendlichen Sprache. Also ich bin offiziell alt. Das hat mich sehr geschmerzt und sie ist fucking zehn Jahre alt. Meine Tochter ist in die Schule gekommen und der ist jetzt sechs. Das geht ganz schnell jetzt bei dem. Ja, genau. Der wird dir noch zeigen, wie alt du bist. Auf jeden Fall. Ja, lass uns mal, bevor wir in die sehr durchwachsene Auswahl einsteigen, einmal checken, was bei uns so abging, abseits von unseren drei Filmen, die wir uns ausgesucht haben. Und zwar Werner. Was hast du gesehen? Ich habe mir vor ein paar Tagen Smile 2 angeschaut und der war überragend. Also so viel besser als der erste Teil, der schon gut war. Und mein Lieblingshorrorfilm dieses Jahr, Smile 2, absolut überragend. Und dann habe ich am Dienstag in der Sneak Preview, wie hieß der Film, ich glaube, Anora oder irgendwie sowas angeschaut. Ja, Anora, das habe ich gelesen, dass der lief. In den Sneaks, ja. Genau, richtig. Den haben wir noch gesehen. War ein Ding. Bisschen viel nackte Haut am Anfang, aber wenn das Drama dann in der Mitte losgeht, dann wird es zum Tod lachen. Okay, ja. Interessant. Zero. Ja, schwierig, jetzt eine Auswahl zu treffen. Ich habe gerade mal nachgezählt schnell. Ich glaube, es waren 43, 45 Filme im Oktober. Jo. Ja, ja. Aber ich habe mich für was ganz Frisches heute erst geschaut, habe ich The Woman of the Hour von Enda Kendrick, das Regiedebüt, habe ich mir angeguckt. Ich glaube, im Deutschen heißt er dann The Dating Game Killer, wenn der hier rauskommt. Oh Gott, ja. Davon habe ich gehört, dass der Name wieder so scheiße umgesetzt wurde, ja. Ja, ist ein bisschen doof, aber es passt halt zur Story, denn da geht es um den wirklichen Killer, der auch damals in dieser Dating Game Show mitgespielt hat. Und das hat sie wirklich ohne Spaß richtig geil gemacht. Die macht so einen ganz geilen Spagat zwischen cooler Unterhaltung, wo auch ein paar witzige Szenen drin kommen und dieser echten True Crime Story. Und gerade am Ende, so die letzte Szenerie schon eher, boah, da saß ich hier richtig angespannt und dachte, fuck, Alter, geht die jetzt mit der wahre Geschichte mit oder haut die jetzt nochmal richtig einen raus? Und sie geht zum Glück mit der wahre Geschichte, weil sonst wäre ich, glaube ich, heute Abend nicht bereit gewesen, mit Leuten zu reden. Das ist also richtig gut, schauspielerisch, inszenatorisch, finde ich, macht sie das ganz, ganz stark. Und um in der Kerbe zu bleiben bei solchen verstörenden Filmen, habe ich auch noch in der Woche Red Rooms geguckt. So ein Mix aus Gerichtsdrama, Crime-Thriller oder auch eigentlich so Fankultur eines Serienmörders. Und das ist schon interessant, aber auch, also ganz ehrlich, ich gucke hier wirklich abgefuckten, miesen Scheiß und mag das und hab da Spaß bei. Aber der Film, wo du halt nicht genau alles drauf gehalten wirst, aber genau weißt, was eigentlich gerade passiert, das fand ich schon sehr arg hart, weil du halt die Familien immer gleich siehst. Auf jeden Fall, ey, zwei Filme, die muss ich jetzt nicht gleich morgen schon wieder gucken. Da waren unsere Pics jetzt hier, die könnte ich nochmal gucken oder aus anderen Gründen halt, muss nicht sein, gucken. Aber das waren schon ein paar Gattkracher, ey. Ja, nice. Sehr schön. Dann gucke ich mal bei mir und zwar habe ich nicht so viel geguckt, weil ich hänge momentan, also ich bereite gerade mein allererstes Dungeons & Dragons vor mit ein paar Kumpels und mache den Spielleiter. Und das ist doch, das macht übelst Bock und ich lese mich da voll rein, aber es frisst natürlich richtig viel Zeit. Habe ich natürlich den Film dazu auch nochmal geguckt mit meiner Tochter aber, Dungeons & Dragons, den ich ja wirklich auch sehr mag. Ja, ist er wirklich. Und gerade jetzt, wo ich mich immer reingefuchst habe in die Regeln und die Lore und so ein Kram, dann ist der wirklich nochmal für Fans so wirklich Gold wert, weil die wirklich an sehr viele kleine lustige Sachen denken. Ja, und daraufhin natürlich mir auch Baldur's Gate 3 geholt, weil das habe ich noch nicht gespielt und das frisst auch viel Zeit. Aber hey, ja, Smile 2 habe ich vorgestern geguckt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich freitags immer in die 23 Uhr Vorstellung gehe ins Kino und dann, ja, hauptsächlich mir Horrorfilme raussuche, wenn einer läuft. Und den fand ich auch wirklich, wirklich gut. Also der hat, also das waren die ersten Jumpscares seit, oh Gott, ich weiß nicht wie viele Jahren, die mich richtig gekriegt haben. Und das liegt halt an dieser geilen Inszenierung, dem geilen Aufbau und nicht diesem 0815, ja, wir machen jetzt die Spiegeltür auf, dann machen wir sie wieder zu. Und tada, Jumpscare. Sondern, also mich haben sie wirklich meistens kalt erwischt und der Gore, der hat krasse Effekte. Also alleine, man hat das im Trailer ja schon gesehen mit der Gewichtsscheibe und man sieht halt nicht viel im Trailer, sondern das geht halt 30 Sekunden. Und das ist halt wirklich übel. Und davon hat er einiges. Und was man unbedingt anmerken muss, ist das Schauspiel von Naomi Scott. Was die da für ein Schauspiel an den Tag legt, das ist überragend. Und ich habe es in meiner Kritik erwähnt, dieser Film zeigt halt eben, was bei den Oscars schiefläuft, weil er komplett ignoriert wird, obwohl er in so vielerlei Hinsicht teilweise wirklich Oscar-reif ist. Und ich finde wirklich, Horror verdient bei den Oscars mehr Aufmerksamkeit und Smile 2 zeigt es. Ja, auf jeden Fall. Zero hast du schon geguckt? Ja, wir haben auch schon eine Besprechung für den Tele-Stammtisch aufgenommen über Smile 2. Ja, ich gucke ja, ich höre ja erstens, ich höre ja keine Podcasts, wenn ich einen Film noch nicht kenne. So, und Freitag habe ich ihn erst geguckt, deswegen. Ich kann doch nicht alles von uns hören. Nein. Und Sachen, wo du drin bist, die ignoriere ich. Würde ich auch, ganz ehrlich. Das hat keinen Mehrwert. Da gucke ich doch lieber in die Filmgalaxie rein, da habe ich Content. Aber ein Grund, da reinzuhören, sind natürlich unser Programmchef Stu und Rino. Die sind natürlich mit dabei, die werten das ein bisschen auf. Aber da habe ich auch schon gesagt, ich finde auch gerade wegen Oscar, ich finde die Kamera richtig stark. Da sind ein paar coole Ideen dabei. Gerade, ja, die erste Szene, also das ist Action pur, also das ist richtig cool. Und das in so einem Horrorfilm, Hammer. Ich finde auch das Schauspiel, was Werner angesprochen hat, richtig stark. Aber alle anderen auch, also die haben ja alle gefallen. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, das waren halt wirklich, es waren mir zu viele Jumpscares. Also das war wirklich, teilweise habe ich, natürlich habe ich mich auch jedes Mal erschrocken, aber es waren dann zwei, drei zu viel. Da hatte ich weniger gegangen gehabt. Aber Gore war cool, also ich fand den auch richtig stark. Hat richtig Spaß gemacht, den zu gucken. Also der war so ein kleines Highlight jetzt sogar im Oktober. Ja, finde ich auch. Und dann brauchen wir auch nicht so weit mehr darüber quatschen, wenn es natürlich eh eine überragende Kritik vom Tele-Stammtisch gibt. Und das mit dem Schauspiel hatten wir ja schon ganz häufig. Das ist Midsommar sein oder Hereditary. Es wird komplett wegdeignoriert. Und Naomi Scott, ich wusste nicht, dass ich so gut schauspielern kann. Die war die Jasmin in Aladin, die war beim Power Rangers. Ja, vielen Dank dafür. Hier in Charlie's Angels hat sie auch das geremaked. Und ich glaube, jetzt hat sie eine gute Kerbe gefunden. Da sollte sie bleiben. Ja. Definitiv. Können wir auch bei diesem Film bleiben und nicht über unseren Rippie sprechen? Können wir bei Smile 2 bleiben? Doch, doch. Ich gucke gerade noch mal ganz kurz. Ich habe The Blob geguckt von 88. Kannte ich noch nicht. Überragend, überragend. Dass man Schleim so krass inszenieren kann und so gruselig. Das ist verrückt. Und Evil Dead 2 kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Aber bei mir ganz klar Daumen runter. Ich war sehr enttäuscht. Ja, und Immaculate. Das ist so das. Damit hat man im Oktober quasi gestartet. Den fand ich cool. Bisschen besser als The First Omen tatsächlich. Oh, okay. Dann muss ich ihn mir auch entscheiden. Ja, also ein bisschen besser. Das geht ja beides in eine ähnliche Richtung. Aber den fand ich noch einen Ticken besser. Ich habe mir noch Kampf und Zorn der Titanen angeschaut. So nebenbei mal wieder laufen lassen nach gefühlt 100 Jahren. Die neuen oder den alten? Die neuen. Ja, das geht die Pleasure-mäßig. Nebenbei kann man es laufen lassen. Ganz. Genau so habe ich es gemacht. Und dafür waren sie auch gut genug. Aber da hat sich irgendwie nichts geändert im Vergleich zu den, zu meinem Gefühl von damals. Ja, aber wenn man es laufen lassen kann, ist doch gut. Ich habe, äh, ja. Ganz kurz, ich habe noch eine Frage an Till. Bei Werner Beiß ist ja schon, weil wir hatten ja so ein super Interview gemacht mit Thomas Sieben. Hattest du den Film Home Sweet Home gesehen? Den deutschen One-Cut-Horror-Film? Weil es ist ja auch Horror. Nein. Nee, hast du nicht? Nein, habe ich nicht. Ah, da hätte mich jetzt deine Meinung sogar noch interessiert zu dem Film. Schade, schade, schade. Nee, den habe ich nicht geguckt. Aber dann setze ich mir den mal, äh, gleich auf die Liste. Home Sweet Home. So, alles klar. Niel am Fahrzeug. Ja. Werde ich mal reingucken, wenn ich die Gelegenheit habe. So. Ähm, Werner, du bist bereit? Genau. Alles klar. Ich bin bereit für Rippy, das Killer-Kanguru. Juhu. Wir gehen hoch hinaus mit Skippy, das Kanguru. Ah, nee, das war ein anderer, sorry. Skippy und Rippy, genau. Das kommt noch, äh, Teil zwei ist dann die Clash of the Kangaroos. Rippy. Ja. Rippy das Killer-Kanguru, genau. Ähm, ja, der Film, der kommt jetzt am 24. Oktober auf DVD raus. Und ist so ein typischer, typisches Creature-Feature, wie man so schön sagt, ne. Und da geht es darum, dass in so einer kleinen Stadt, oder in Kaff kann man eigentlich sagen, ne, das ist so irgendwo im Nirgendwo, ist eigentlich relativ ruhig. Du hast nicht viel Dinge, die passieren und dann kommt es plötzlich zu einer Mordserie. Es gibt viele Tote und natürlich wird dem Alkoholiker alles zugeschoben, bis man dann eben merkt, dass da mehr dahinter steckt. Und kein Mensch, sondern ein Killer-Kanguru hinter diesen Toten steckt. Und dann beginnt die Jagd. Ja, genau. Und dann ist der Film auch schon zu Ende. Und wie, ja. Ja, genau. Geht ja auch nur, ähm, 83 Minuten. Ja, richtig. Mit Credits, wohlgemerkt. Mit Credits, genau. Ist eine FSK 16. Regie ist Ryan Coonan, das ist sein erster Langfilm und der hat auch schon einen Kurzfilm gemacht. Oh Gott, oh Gott, Waterborne. Jetzt hat sich mal eine Seite geschlossen. Äh, Rippy, Ryan Coonan. Ja, Waterborne, genau. Das ist, der geht 10 Minuten, der ist von 2014 und das Ding hat er jetzt halt als Langfilm inszeniert. Ähm, und vom Cast her kennt man auf jeden Fall Michael Biehn. Der, ähm, hat in Aliens mitgespielt, in Terminator war er Kyle Reese, in The Abyss hat er mitgespielt. Ähm, Planet Terror war mit dabei, The Rock war, The Rock war mit dabei. Und, ja, wie das die alten Hasen so machen, die lassen sich halt dann gerne mal, ja, in so Direct-to-DVD-Mittelmaß stecken. Und vielleicht noch hier und da mal. Das ist halt easy money. Jaja, ganz genau. Absolut easy money. Ähm, und dann haben wir noch, ich dachte erst, es ist Jennifer Carpenter. Hier die, äh, Schwester von Dexter, aber es ist Tess Haubrich, Haubrich. Ähm, und die ist für mich, ich dachte, das wäre Dexters Schwester, die Jennifer Carpenter. Das sieht so ähnlich aus für mich. Ähm, und die kennt man, ähm, aus Alien Covenant, The Wolverine und in Spiderhead, der Netflix-Film mit Thor. Ähm, da hat sie auch mitgespielt. Also, das ist echt nicht der super krasse Rest-Cars, abgesehen von Michael Biehn. Finde ich wirklich. Ne, überhaupt nicht. Aber das, wusstet ihr, dass es in Australien doppelt so viele Kängurus gibt, ähm, als Menschen? Nö, tatsächlich nicht. Ja, siehste, wenn es tatsächlich doppelt so viele Rippies geben würde, ich glaube, dann ist Australien im Arsch. So. Naja. Ich weiß ja nicht. Sie sagt jetzt halt, wenn, wenn es diese Rippies im echten Leben geben würde, dann wäre unser Vorteil, dass wir es gar nicht mitkriegen würden, weil im Film sieht man nicht viel davon, dass dieses Ding die Leute töten. Ganz genau. Das stimmt. Ja, das ist absolut richtig. Das, ähm, wäre auch mein erster Punkt gewesen, quasi, ja, die Inszenierung des Kängurus, Schrägstrich, dann auch einhergehend da mit der Gewaltgrad. Ähm, Werner, wenn du es schon angesprochen hast. Ja, irgendwie bleibt alles im Schatten, ne? So im wahrsten Sinne. Total. Also ich glaube, 99 Prozent der Kills finden off-camera statt und du siehst anschließend zwar ein bisschen so die Überreste, ein bisschen Blut, ein bisschen, ja, Fleisch hier und dort, aber alle Kills, glaube ich, wirklich fast sind nicht zu sehen. Und das ist total mies. Mich hat es genervt. Ja, Zero? Ja, ich war auch ein bisschen abgefuckt. Also, ähm, man kann es ja vorwegnehmen, wir haben uns, glaube ich, sehr auf diesen Film so gefreut. Ich habe auch gedacht, das wird das richtig geile Ding, Alter, ein Killer-Känguru, wie geil ist das denn? Ja. Und. Ich hätte mir fast das Steelbook vorbestellt. Äh. Und der macht nichts aus seiner Prämisse, das ist halt so schade, weil vielleicht, sag mal, nochmal zwei Millionen drauf, dann hätten sie vielleicht ein bisschen mehr draufhalten können, das hätte ja schon gereicht. Und dann packt er so eine Drecksfamilientragödie mit rein und der hat mich, also wirklich, also nach einer guten halben Stunde hat der mich schon genervt, der Film. Und das ist schwierig eigentlich. Ja, das stimmt. Weil, ich meine, in den wenigen Momenten, wo man das Känguru ein bisschen in Action sieht, zeigt sich ja eigentlich das Potenzial. Du denkst dir, ja, das ist doch cool gemacht oder, ah, davon bitte mehr. Aber das hält sich so in Grenzen, das, was man Gutes zu sehen bekommt. Und es ist wirklich traurig, weil da so viel Potenzial drin steckt. Ich meine, dieses Känguru, das könnte einfach gegen dich springen und dich, wer weiß, 100 Meter entlang schleudern oder auf dich drauf springen oder sonst irgendwas. Aber man macht nichts. Ja, richtig. Und das ist so, ich habe mich halt deshalb so gefreut und das, ähm, ihr habt mich völlig durcheinander gebracht. Ich wollte euch eigentlich jetzt fragen, was ihr erwartet habt, aber das habt ihr mir vorweggenommen. Dazu, ähm, das gibt Minuspunkte. Aber, ähm, wenn man mal bei YouTube irgendwie Känguru fight oder Känguru gegen Mensch oder was auch immer eingibt, ey, Kängurus sind Killermaschinen. Schon ohne, dass sie, ähm, irgendwie Tollwut haben oder irgendwie welche Abfälle oder Chemikalien fressen. Ähm, das, die haben, sie sehen aus wie The Rock. So, das ist voll krass. Wenn die, wenn die sich prügeln, dann haben die so viele Muskeln und so viel Kraft in ihren Beinen, da hätte man richtig einfach aus der Physis, hätte man richtig was rausholen können. Aber stattdessen ist es halt, mehr oder weniger ist es ein Zombie, also von der Inszenierung her, ein schlechtes CGI-Zombie-Känguru, ähm, was nicht, was keine Känguru-Dinge tut. So, sondern einfach nur die Leute zerfleischt mit ihren, äh, mit den Zehen. Und das finde ich wirklich schade, weil so, ja, ja, richtig. Aber wie du schon gesagt hast, wenn das Ding, volle Kanne, dich mit den beiden Hinterläufen wegkickt und dann der Torso wegfliegt und die Arme bleiben, wo sie sind und dann zerfetzt er. Also, ich hab die tollsten Fantasien gehabt, bevor ich den angefangen hab zu gucken, ähm, naja. Ich hab mir halt eben gedacht, Deutsch, ich hab mir, sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich hab mir gedacht, Deutschland hat's besser gemacht. Es gibt doch auch diese deutsche Komödie mit dem Känguru, ne? Kennt ihr die? Die Känguru-Chroniken. Ja, 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 ja. Da mag das Känguru mehr als in diesem Känguru-Film hier. Ja, schade eigentlich, tatsächlich. Ja, oder Känguru-Jack. Nein, aber der ist schon ein bisschen älter und auch nicht so gut. Ähm, ja, das sind die Erwartungen. Das wär jetzt mal eine Frage gewesen, aber habt ihr ja grad schon, ähm, vorweggenommen. Ähm, ohne Erwartungen, zufällig reingesappt, ähm, passiert ja nicht mal so häufig, weil man hat ja Streaming-Dienste und wählt aus, ähm, da würde man wahrscheinlich auch nicht lange dranbleiben, oder? Nee, ich glaube wirklich nicht, weil, wie wir ja schon hundertmal gesagt haben, das meiste passiert offscreen. Und wenn man jetzt nicht beim Känguru ist, sondern eben den Alltag des Films zeigt, dann habt ihr ja auch schon gesagt, geht es größtenteils um ein langweiliges Drama, was niemanden interessiert, was einen nicht packt. Und du denkst dir dann halt eben, ja, wieso soll ich diesen Film laufen lassen? Ich schalt um, nächster Sender, nächster Film oder was auch immer. Also, du musst diesen Film wirklich sehen wollen, damit du ihn dir auch wirklich anschaust, weil ansonsten bist du hier ganz schnell raus. Ja, das denke ich auch. Das ist so ein Ding, wo ich auch sagen würde, hört einfach auf uns und lasst ihn aus. Also, meistens bin ich ja immer so, sage, okay, bildet euch eure eigene Meinung. Ähm, auch wenn Film XY zerrissen wird, ich gucke ihn mir dann trotzdem an. Aber hier würde ich wirklich, nein. Einfach nein. Sein Zero hat noch Gründe, ähm, für ein Jahr, aber ich glaube nicht. Ich musste gerade die ganze Zeit so ein bisschen schmunzeln, weil du Kangaroo Jack erwähnt hast. Ich habe mein Fazit geschrieben, Kangaroo Jack of Crack. Gott, Alter, der Steff. Oh, ich habe, das habe ich tatsächlich, okay, das habe ich tatsächlich nicht gelesen. Oh, wie geil. Ich habe nur die, deine Bewertung, nee, auch erst danach gesehen. Ich bin auch ohne, ohne zu wissen, wie du ihn fandest an den Film, du hast ihn ja vor mir geguckt. Ja, Kangaroo Jack of Crack. Ja, nur ist er nicht witzig. Nur ist er nicht witzig. Und das ist ja auch noch ein Problem. Pass auf, wenn der Film halt nicht diese blutigen Szenen hat und alles, weil er das Budget nicht reicht und die sich dachten, das sieht halt scheiße aus. Er kann nicht mit leben, aber die nehmen sich viel zu ernst. Das ist ja diese angesprochene, dieser Drama-Part. Ey, nimm doch einfach Mikey Bean in dieser Alkoholiker-Rolle. Da waren ja zwei, drei angedeutete Gags, wo du sagst, ja, okay, das kann man bringen. Das ist halt over the top trashig. Ey, dann wäre der wenigstens funny. Aber das verkackte er ja auch alles. Und ach Mann, das ist so schade. Ich habe mich darauf so gefreut, wirklich. Das ist erbärmlich. Ja, genau. Man muss ihn wollen. Das Känguru sieht halt auch nicht schön aus. Also wir haben ja jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, sieht es gut oder sieht es schlecht aus. Und ich muss wirklich sagen, das sieht so billig aus, wirklich. Also ich war mega enttäuscht. Und dann hat man ihn ja noch nicht einmal oft im Bild. Also Screen Time von Känguru hält sich auch in Grenzen. So etwas kannst du rechtfertigen, wenn du halt eben so einen spannenden Horrorfilm machen willst, Mensch, so weißer Hai mäßig, ne? Dann zeigst du halt eben das Monster nicht jede Minute. Aber hier stimmt halt eben gar nichts. Nicht die Spannung, nicht die Kills, nicht der Blutanteil, nicht die Inszenierung. Das einzig Gute, was wir ja gesagt haben, sind die Schauspieler. Die machen eine gute Arbeit. Das Ganze ist gut gefilmt. Musik passt. Also die Produktion an sich ist in Ordnung. Aber wenn es dann um die wichtigen Dinge geht, fällt der Film auseinander. Ja, das stimmt. Naja, dafür gibt es bestimmt, und darauf seid ihr nicht vorbereitet, ganz tolle Alternativen. Zero, fällt dir irgendeine tolle Creature Feature Alternative ein? Jetzt so ganz spontan. Black Sheep. Oh ja, der kriegt einen Re-Release, ne? Oder hat er schon? Auf jeden Fall kommt der nochmal jetzt. Ich glaube, der kommt nochmal in die Kinos sogar, ja. Ja, wie gesagt, darum wusste ich das mit Neuseeland auch nur, weil ich den geguckt hatte, dass es da mehr scharfer als Neuseeländer anscheinend gibt. Ja, der ist wenigstens lustig, zieht sein Ding da durch, der macht Spaß. Der ist auf jeden Fall der deutlich bessere Tierhorror. Das wäre mein Tipp, Leute. Haut rein. Ja, also ich würde, wenn es in die Richtung von diesem Zombie-Kanguru gehen soll, würde ich vielleicht mal Zombie bei in den Raum werfen. Der ist gar nicht so verkehrt und hat auch die besseren Modelle, also sieht besser aus. Und wenn ihr es ganz billig, ganz blöd haben wollt, dann gibt es noch Crabs Outer Space oder Killer Crabs Outer Space. Genau, irgendwie so etwas gibt es. Ja, den Trailer hast du mir gezeigt, ja. Genau, totaler Müll. Das ist wirklich freudig. Aber ich bleibe bei meinem besten Freund, dem Kokain-Bär. Oh ja, okay, das ist natürlich, ja, liegt nah und ist auf jeden Fall besser, ja. Das stimmt. Ja gut, wir müssen nicht der weiße, ja, richtig, wir müssen nicht der weiße Hai oder so erwähnen, aber so ein, keine Ahnung, so ein Lake Placid-Krokodil, wir hatten ja selber hier Alligator schon selber im Cast, aber Lake Placid oder selbst, ich habe ihn nicht gesehen, aber Cujo gibt es ja noch mit dem Bernardina, müsste ich vielleicht auch mal nachholen, weiß ich nicht, muss man den nachholen? Oh, ich glaube ja, ist halt ein Klassiker, auch wie ist ein Klassiker, ne? Ja, das ist der Grund, genau, das ist der einzige, das wäre der einzige Grund für mich. Ja, und ansonsten, hatte einer von euch den Waterborne geguckt? Ja, ich habe mir den. Zero, du hast den, glaube ich, gesehen, ne? Ich habe mir den angeguckt und theoretisch ist das einfach die Vorgeschichte, wie es zum Zombie-Känguru wird, weil du hast ja im Film anfangs ein paar Anspielungen mit so Schildern, wenn du den Kurzfilm geguckt hast, merkst du gleich, ach, das ist deswegen und ja, das ist halt so ein kleiner Vorfilm für den Hauptfilm eigentlich, war wahrscheinlich einfach nur, wir machen jetzt Werbung, dass wir einen großen Film machen können, der ist aber so von der Idee auch ganz nett, ja, da ist die Prämisse halt wirklich, dass du denkst, geil, da kann ein cooler Film draus werden, wie gesagt, am besten ist, glaube ich, die Leute gucken sich wirklich den Trailer an, der geht auch nicht lange, da sieht man nämlich das Känguru sehr oft in dem Trailer, so oft kommt es im Film gar nicht vor, wenn man dann schon sagt, nee, lass den Scheiß, dann sollte man den ganzen Film noch nicht mal überhaupt überlegen, den anzuschalten, ne? Ja, gut, das war es mit Rippy, würde ich sagen. Rip, Rippy, müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Aber, jetzt kommen wir zu einem Film, der auch schon auf dem Fantasy Film festlief, ich hab den aber komplett, also ich hab den komplett ignoriert und das ist der Film Feinfühlige Vampirin sucht lebensmüdes Opfer. So, das ist ein sehr langer Film, äh, ein sehr langer Titel, Entschuldigung. Ähm, lang ist er nicht, der geht nur 90 Minuten, ähm, der heißt, sonst im Englischen heißt der Humanist Vampire Seeking Consenting Suicidal Person, Vampir Humanist Cherche Suicidaire Consentant, das ist der französische Originaltitel. Ähm, ja, schieß los, Mr. One and Only Zero. Worum geht's in dem Film mit diesem schrägen Titel? Wir haben auch hier wieder ein Langfilmdebüt von Ariane Louis-Esses, von der Dame. Und ja, wir haben Sascha, die entstammt einer Vampirfamilien, das ist so eine junge Vampirin, die ist so, im Hauptfilm ist sie um die 68 Jahre alt, also wirklich jung für einen Vampir. Und die hat ein Problem, äh, sie kann halt irgendwie keine Leute leiden sehen und vor allem kommen auch ihre Vampirzähne nicht so ganz raus, die eigentlich automatisch rauskommen sollten, damit sie sich selbst ernähren kann. Am Anfang, ja, macht ihre Mutter, sprich ihr Vater das noch und dann kriegt sie halt Blutkonserven. Nur irgendwann, äh, ist das Ding, da haben die Eltern auch keinen Bock, weil sie muss ja auch mal für sich alleine sorgen. Also das ist so ein richtig schön Coming-of-Age-Ding. Und nachts bei einem ihrer Streifzüge lernst du dann Paul kennen. Das ist so ein unglücklicher Teenager-Junge, der in der Schule andauernd gemobbt wird und eigentlich sich gerade das Nebenleben wollte. Und ja, die beiden schließen sich dann zusammen und erleben dann eine schöne Zeit und vor allem auch eine unvergessliche Nacht miteinander, weil eigentlich Paul zu ihr sagt, pass auf, du kannst ja mich dann, ne, aussaugen. Aber ich möchte nochmal hier eine coole Nacht haben und alles, was er sonst nicht gemacht hat, sich nicht getraut hat, das wollen sie dann zusammen erleben. Und danach ändert sich so ein paar Sachen. Das ist eigentlich ein richtig schönes Vampir-Coming-of-Age-Filmchen sogar eigentlich. Das ist ja auch nur 90 Minuten. Ja, genau. Und das ist ein ziemlicher Ausreißer aus unserer sonstigen Auswahl, würde ich sagen. Ja, es gibt ein bisschen Blut und ja, es sind Vampire. Aber ansonsten hat das mit Horror-Movie, Cannibal, was auch immer, weniger zu tun. Außer, dass es wirklich ein überraschend schön gemachter Vampir-Film ist, aber auf eine Art, wie man ihn eigentlich fast noch nie gesehen hat. Ich mag das ja, gerade wenn irgendwelche Mythen und Monster mal anders dargestellt werden. Und das ist relativ selten. Es gibt den Durst oder Thirst von Park Chan-Wook. Da, den würde ich als einzigen Film so ein bisschen als Vergleich herziehen, weil der auch vieles sehr, sehr, sehr anders macht als Vampir-Film. Und ja, Blu-ray, 24. Oktober, bevor wir das vergessen. Also das ist alles noch, alle die Filme starten diesen Monat noch auf Blu-ray. Und für mich die Schauspieler, auch unbekannt, Sarah Montpetit und Felix Antoine Benard. Das sind die beiden, Sascha und Paul, die, ich keine Ahnung, unser Paul kennt vielleicht die Schauspieler, weil vielleicht das sind irgendwelche Movie-Schauspieler. Aber kanntet ihr die? Kanntet ihr irgendwen? Weil, wie gesagt, die Regisseurin selber, das ist ja ein Debüt, hattest du ja schon gesagt. Kanntet ihr irgendwen? Nee, das sind... Nein, das sind... Null. Ich auch nicht. Das sind aber alles, weil wir immer so auf Französisch gehen. Ich glaube, es ist kanadisch, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Jaja, also die Sprache ist französisch und der Film, genau, der ist kanadisch. Das französisch sprechende Kanada. Ja, genau, bevor wir da Ärger von den Kanadiern kriegen, die uns sehr viel hören. Richtig, richtig. Ja, du hattest auch schon gesagt, Coming of Age, das ist so ein bisschen, ja, so eine Dramödie, so nennt man es ja manchmal auch irgendwie. Rom-Com. Ja, genau, alles so eine ganz wilde Mischung. Und aber alles macht ihr gut davon. Also selbst die... Ja? Ich war sehr positiv überrascht, muss ich wirklich sagen, denn ich bin bei weitem nicht der größte Vampir-Fan, im Gegenteil. Also ich hasse sie nicht, aber sie sind mir eher egal. Und dann starte ich hier diesen Film und denke mir, okay, also das hat schon was. So die Geschichte an sich, wie sich das Ganze dann entwickelt, die Idee dahinter, das hat mir tatsächlich gefallen. Ja, so ging es mir auch. Und es ist, soweit ich das richtig gesehen habe, auch eine Mubi-Produktion, das heißt, der wird hundertprozentig. Also der wird dann auch beim Mubi irgendwann zu sehen sein. Ja, ich wusste auch nicht so recht, was ich da erwarten soll. Ich habe mir auch keinen Trailer, ganz bewusst keinen Trailer angeguckt und habe aber von einigen schon gehört, dass es halt so ein Fantasy-Filmfest-Highlight dieses Jahr für die gewesen ist. Serum, was hast du erwartet im Vorfeld? Ja, ich habe mir ja vor dem Fantasy-Filmfest halt alle Trailer reingeballert und habe dann schon ein bisschen gesehen, um was es geht. Ich dachte, der ist deutlich ruhiger nach dem Trailer, den ich gesehen hatte. Und ich finde, es kommen mir doch, ja, zwei, drei Szenen vor, wo auch ordentlich Blut noch dabei ist, gerade im Bereich mit der Schwester, die ja nicht so zimperlich ist. Und da dachte ich auch so, da dachte ich ein bisschen sogar schon an Adams Äpfel, weil da ja auch nur, es ist ja dann in Klammer mal so eine nette Blutorgie, wenn man es dann so nimmt, wo man eher schmunzelt, als sich dann so erschrocken zurücklehnt. Aber ich habe das gekriegt, was ich erwartet habe, einen richtig schönen, guten Independent-Film. Und ich muss sagen, ich wäre auch nicht auf meiner Liste gewesen, dass ich den unbedingt gucken muss, aber jetzt, ich bin da sehr gespannt drauf, den nochmal auf Mobi oder wenn der halt dann rauskommt, mir den als Blu-ray zu holen, weil den fand ich schon richtig stark. Ja, Werner, du hattest ja eben schon ein bisschen was gesagt. Kannst du noch was ergänzen oder, weil eigentlich, ja. Ich habe ihn direkt weiterempfohlen. Also ich habe ihn direkt weiterempfohlen, weil ich denke gerade so, die weibliche Zielgruppe, die wird diesen Film absolut lieben, denn mein Kumpel oder allgemein so meine Freunde, die Jungs, die werden sich jetzt nicht so sehr um den Film scheren, aber ich wette, jede Person, die auch nur ansatzweise was mit Vampire anfangen kann oder irgendwie so Rom-Coms, der mit diesem Film absolut nichts falsch, im Gegenteil. Ich finde, es ist ein kleiner Geheimtipp, ein Rohdiamant, wenn man das so will. Und ich finde, der verdient absolut seine Aufmerksamkeit und sollte sich sein Lob abholen. Ja, definitiv. Das ist, ja, das Problem ist, das Rom-Com schreckt ja immer so ein bisschen ab. Und ich bin auch kein Rom-Com-Fan. Das ist, aber es sollte, niemand sollte sich davon abschrecken lassen. Und zwar, ich finde, das ist so ein bisschen, als ich den gesehen habe oder angefangen habe zu gucken, man hat direkt, also ich hatte direkt so ein bisschen so, also Amelie-Vibes, aber nicht, dass die Filme sich groß ähneln, aber irgendwie musste ich an die wundervolle Welt der Amelie denken. Und parallel aber auch an What We Do in the Shadows, beziehungsweise Fünf-Zimmer-Küche-Sarg. Einfach nur, weil du vom Humor-Faktor auf jeden Fall nicht, also der hat deutlich, hier der Film hat deutlich weniger Humor. Aber der What We Do in the Shadows hier von Taika Waititi, der hat auch so eine, da sind Vampire auch einfach so in der Gesellschaft abseits, aber trotzdem integriert und zeigen so das Alltagsleben, weil die Vampire haben hier in dem Film auch ihre eigene Gesellschaft. Es gibt die Ärzte, die Zahnärzte, Therapeuten, was auch immer, die natürlich eher nachts arbeiten, aber das fand ich ganz cool. Habt ihr die beiden gesehen? Also hier Amelie und ein Taika Waititi-Film? Zero? Ja, sorry. Alles gut. Also genau, frage ich schnell an. Ja, natürlich und ich kann dir da auch beipflichten, gerade hier Fünf-Zimmer-Küche-Sarg ist ja dieser Einblick in dieses Leben und das hast du ja gerade am Anfang ganz stark, wo wir da ein bisschen erklärt bekommen, was mit der Familie ist, was mit ihr ist und das ist halt schon das Interessante, weil das hast du halt nicht so häufig. Also wie gesagt, der Film ist eine Ausnahmeerscheinung im Vampir, ja Horror würde ich es jetzt auch mal nicht ganz nennen, in den Vampir-Filmen und darum ja. Ja, und Amelie ist, weil ich glaube, weil sie auch so ein bisschen süß und zerbrechlich rüberkommt und auch eher so, ja, kunstaffin natürlich und das passt für Amelie halt auch auf 100 Prozent, ne? Ich muss dem Fünf-Küche-Zimmer-Sarg nochmal eine Chance geben, weil ich hab mal, ich hab mal angefangen, aber bin dann eingepennt, was aber glaube ich weniger am Film lag, sondern einfach eher so dem Tag geschuldet war damals und danach hab ich mich nicht nochmal hingesetzt und deswegen kann ich da jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Und wie hieß der andere Film, den du noch genannt hattest? Die wundervolle Welt der Amelie. Genau, hab ich nicht gesehen, weil wie gesagt, das ist eigentlich eher nicht so meine Welt. Ich bin, wenn es so etwas wie Alien-Zombies, ne, Vampire geben würde, das wäre was für mich. Okay, ja, gut, das ist ein bisschen weiter entfernt von dem, was ich jetzt gerade angesprochen habe, aber bevor wir, schweigen wir jetzt ein bisschen ab, aber Amelie ist ungefähr so wie der Film hier und zwar im Hinblick auf, man sollte ihn sich angucken, auch wenn man das Genre eigentlich nicht mag. Sei es Vampirfilme und man guckt sich den hier an oder Rom-Com und man guckt sich den hier an oder Romantikfilme und man guckt sich den hier an, genau das gleiche wie bei Amelie. Ähm, da hast du auch, ähm, da hast du auch Humor drin und sie ist halt total weltfremd und das ist auch ein Genre, das schwierig ist, aber eine absolute Empfehlung, allein für den Soundtrack, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich überlege gerade. Ich fand schon direkt das Opening so richtig großartig. Ja. Also der Film, der fängt ja direkt gut an, ne, also der wartet gar nicht lange, sondern zeigt halt eben direkt, was da Sache ist mit dem armen, kleinen Vampir, was, äh, keine Angst kriegt, obwohl sie Angst haben sollte. Ne, andersrum so. Das, also ich hab schon direkt in den ersten Minuten viel lachen müssen, weil das so lustig war. Ja, die Idee ist halt super. Also das, das spiegelt so irgendwie, ja, das, 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 das Erwachsenwerden wieder, das vielleicht auch ein bisschen die Sexualität, ich meine, wenn, es geht bei ihr ja einfach nicht los, ne, also auch wenn sie, auch wenn sie älter ist. Ähm, ich, da würde mich wirklich interessieren, ob die Regisseurin da mit so ein bisschen dran gedacht hat, so irgendwelche Spätzünder. Ja, weißt du, dass man nicht gleich mit, mit 13 raucht, säuft, den ersten Freund hat, mit 15 schwanger wird, sondern, ähm, dass man, ähm, dass sie sich halt einfach wirklich in ihrem Tempo entwickeln und dass es halt auch völlig in Ordnung ist, so. Glaubst du. Und was für die Eltern ja eher schwierig ist, so, das, das zu akzeptieren. Ähm, man kann viel drin lesen, muss man aber nicht. Ja, aber ich glaub, gerade mit der Rolle von Paul, der auch eher, ja, wie gesagt, der in Klammern gemobbte oder halt der Abtrünnige so in der Schule dann ist, ne, der ja auch da gar keine Beachtung findet und da mit ihr zusammen sind ja eigentlich zwei, die eher nicht so ganz in die Gesellschaft reinpassen, ne, zumindest für die anderen. Ich glaub da schon, dass sie an sowas auch schon mitgedacht hat. Ja. Ja, das glaub ich auch. Also es ist, man sieht ja das meiste in Filmen und gerade in solchen Filmen, das, was man sieht, ist ja meistens nicht zufällig. So, das ist ja einfach so. Hm, ne, war halt schön so, man soll sein, was man sein will und man muss sich nicht anpassen und da sind so viele Kleinigkeiten drin, wie du gesagt hast, da kann man vieles rauslesen und das wertet den Film noch zusätzlich auf. Ja, das find ich auch. Also wie gesagt, von mir gibt's ne ganz, ganz klare Empfehlung und auch Letterboxd sagt 3,9 von 5, ähm, was ein wirklich, wirklich guter Schnitt ist für Letterboxd-Filme, gerade auch für so einen kleinen Film und ja, habt ihr noch irgendwas, irgendwas zu sagen, außer dass auch das Ende wunderschön ist, ähm, ohne da viel vorwegzunehmen? Aber das reißt nochmal, ähm, ohne zu spoilern, das Thema, das Thema Sterbehilfe. Das wird am Ende einfach direkt nochmal, pam, guck mal, das nehmen wir auch nochmal drauf und das ist nicht so plakativ raufgeknallt, sondern zeigt dir einfach nochmal das nächste wichtige Thema, ähm, nach dem, ja, nach dem Überstehen oder auch nicht, je nachdem, ähm, wie man's nimmt, des, des Verlaufes, äh, der Charaktere. Das fand ich nochmal ziemlich beeindruckend, dass es hinten raus die letzten paar Minuten nochmal dieses Thema anschlägt. Ich find's ein komplett runden Film, also von vorne bis hinten, äh, es ist kein Blutfest, dann, dann wär's für mich noch ein Meisterwerk geworden, wenn sie das noch richtig reingekriegt hätten, dass das wirklich ordentlich noch absplattert, also richtig hardcore, aber vielleicht hätt's einen dann auch zu weit rausgerissen, ne, von dieser doch eher niedlichen Schönheit, die irgendwie da immer mitwebt, aber so muss ich sagen, ist das alles ein ganz rundes Ding, gerade als Debütfilm, ich bin mal gespannt, was Steven jetzt noch macht. Ja, Berner, hast du noch was? Ich hab dich jetzt nicht angesprochen, sorry, aber. Naja, ich hatte wirklich schon alles gesagt, also, da gab's eine, gibt's von mir dieselbe Empfehlung wie von dir und mehr gibt es da nicht zu sagen, meinerseits. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, das freut mich. Ja, das ist, ähm, ja, mehr solche Filme, nicht zu viele, aber, ähm, einige darf es davon gerne geben und dann, ja, ob es von dem nächsten Film mehr geben sollte, ähm, grundsätzlich ja, weil Slasher sehe ich immer gerne und wir hatten im Vorfeld schon mal gesagt, dass wir uns sehr, sehr, sehr und Zero, ähm, wir hassen ihn alle, hat Terrifier 3 schon gesehen, ähm, äh, Slasher sind immer gern gesehen. Jetzt haben wir auch einen, und zwar All My Friends Are Dead, so im Englischen, wie gesagt, Hashtag AMFAD, ähm, deswegen hab ich den auch erst bei Letterboxd nicht gefunden, weil tatsächlich, ähm, man ganz schön scrollen muss, wenn man nur den deutschen Titel eingibt, also den eingedeutschten All My Friends Are Dead, der geht 91 Minuten, ähm, kommt am 25. Oktober, ist FSK 18, Regie hat der Regisseur von The Collector und The Collection unter anderem gemacht, welche ich ja zumindest den ersten richtig, richtig, richtig geil finde, und zwar ist das, ähm, Marcus Dunstan und The Collector 3, ich weiß gar nicht, The Collected, ich weiß gar nicht, wie er jetzt heißt, äh, Oh Gott, The Collected, ja doch genau, The Collected, natürlich das, das E-Mail als 3 geschrieben, ähm, da freu ich mich sehr drauf, ich hoffe, er findet ein bisschen zum ersten Teil wieder zurück und nicht zu dem hier oder The Collection, ähm, ja, vom Cast hab ich jetzt niemanden wiedererkannt, die, äh, eine der Hauptdarstellerin heißt Jade Pettyjohn, hat einen Film 2018, Destroyer heißt der, das ist so der einzige in meiner Bubble, wo ich gesehen hab, den haben einige geguckt, ähm, Jojo Siwa, Jennifer Enns, Pass auf, ich, ich, äh, du, du kennst die, Jade Pettyjohn kennt, kennt ihr beide bestimmt, kennt ihr von früher noch die Serie School of Rock, also die Serie, nicht den Film, die Serie, Ja, okay, da hat ich mitgespielt? Die spielt da die Summer, dieses blonde, kleine, süße Mädchen da, das ist sie, ich hab das auch erst beim Nachrecherchieren rausgefunden, also vorher wusste ich's auch nicht, aber 100 Pro vom Gesicht her, ja klar, das ist sie, das sieht man dann. Und Jojo Siva, das ist sowieso geil, die wird ja da als Mid-Hauptstar gelistet. Das ist wohl eine ganz, ganz große YouTuberin oder sonst was in den USA. Die war auch irgendwie mal vor ein paar Jahren in den Most Influential 100s. Und die kommt ja fast gar nicht vor. Das ist so eine richtig schöne Mogelpackung, weil die hat ja unter einer Minute, wenn überhaupt, Screen Time. Die haben sie glaube ich nur deswegen da mit reingeballert und es ist, das ist schon nochmal extra dreist. Ist das die, die man ganz am Anfang sieht? Ja, die. Also die in dem Haus, die geschehen ist? Ja, das ist die. Genau, alles klar. Ja, ganz kurz, worum geht's? Es gibt eine Gruppe von College-Freunden, alle sind krasse Influencer, außer die Sarah, die Jade Petty John. Die hat aber zufälligerweise die sind natürlich ein Van und die kann alle da hinfahren und die sind alle voll cool miteinander und alle haben sie ihre Smartphones dabei und machen irgendwelche Reels und nehmen alles auf, denn sie wollen zu einem Festival, das macht jetzt nach 20 Jahren wieder die Pforten auf, weil vor 20 Jahren ein Serienkiller sein Unwesen dort getrieben hat und nach den sieben Todsünden gemordet hat. sieben lässt grüßen, aber das ist auch das Einzige, was was man da irgendwie miteinander in Verbindung bringen kann. Und ja, jetzt wollen sie zum Festival, haben natürlich alle richtig viel Drogen am Start und wie es der Zufall will, geht das Auto kaputt, der Reifen platzt, sie landen spontan in einem, wie heißt das, Airbnb. Natürlich eine krasse Villa, aber das war noch frei. Okay, ja und da hängen sie jetzt ab und warten, dass irgendwie ihr Auto repariert wird und sie vielleicht doch noch hin können und dann geht nach ein bisschen noch mehr Charakter kennenlernen und guck mal, hier sind überall Kameras und die sehen aus wie Augen, aber niemand bemerkt die, das geslashe los im Endeffekt und das halt nach mehr oder weniger nach den sieben Todsünden und dann ist der Film zu Ende, fast zu Ende. Ja, puh, also ich fange mal als erstes an mit dem, was ich erwartet habe. Eigentlich habe ich mich gefreut, weil der Film fängt an und sieht schon aus wie so ein Farben auf 200% gedrehter ja früher 2000er Teenie Slasher. So, da habe ich einen Hotspot für, das mag ich, aber dann nach den ersten zwei, drei Kills verliert der Film irgendwie an Fahrt und wird belanglos, so würde ich sagen. Was sagt ihr, Zero, vielleicht du zuerst? Ja, ich bin ja auch so ein kleiner Sucker für Teenie Slasher, es können nicht genug Teenies abgeschlachtet werden in Filmen und ja, ich hatte auch anfangs wirklich richtig Spaß, es fängt halt an, wie es anfängt, natürlich alles ein bisschen modernisiert mit ihren Smartphones und dass da jetzt viele Influencer am Start sind. Ja, da waren noch ein paar lustige Jokes dabei und dann wird der eine gekillt, der nächste gekillt und dann kommt halt die Background-Story sozusagen, warum der Killer was macht und wieso und das hat mich dann irgendwie, der will cleverer sein, als er sein muss für einen Slasher und es klappt halt irgendwie nicht und ja, irgendwie ein bisschen verkopft kam mir das dann vor, da hat er mich dann auch verloren. Ja, Werner? Ja, also ich finde auch, der wollte mehr sein, als er ist und wie Zero gesagt hat, er will mehr sein, als er sein muss, denn ich finde, dieses Ganze möchte gern drumherum, das braucht der Film eigentlich absolut gar nicht, er hätte sich auf seine Oldschool-Vibes ein bisschen mehr verlassen können, du hast ja gesagt, erinnert an die gute alte Zeit, die Farben auf 200 gedreht, ich meine, man muss sich ja nur das Poster zum Film anschauen, das Cover oder was auch immer, das sieht richtig genial aus, wo ich das Poster gesehen habe, dachte ich, ja, da habe ich Bock drauf, dem Film will ich eine Chance geben, alleine, weil man sich dabei schon was gedacht hat und dann hat der Film so seine Momente, er hat seine Stärken, aber er will einfach zu viel von sich selber und hier wäre weniger, einfach mehr gewesen. Ja, das fand ich auch was ganz cooles, bevor wir jetzt ein bisschen über die auf jeden Fall vorhandene Gewalt sprechen, der ist ja immer ein FSK-18er-Film, der Killer, den fand ich ganz cool, nichts, was irgendwie auch nur ikonisch werden könnte, das gibt der Film leider nicht her, es ist so ein bisschen, ja, der hat so eine Maske auf, die vorne ein Display hat, so, da kann man halt verschiedene Sachen drauf spielen, unter anderem halt auch Videos und das fand ich ganz cool, das war eine coole Idee, hat der Film nicht allzu viel genutzt, aber das war schon mal ganz schick, aber es bleibt dabei, es wird nichts Ikonisches oder fandet ihr die richtig hammergeil, weil gut war sie, aber mega krass nicht. Ach ja, man wollte damit was, so etwas in die Richtung The Purge erschaffen, dachte ich, so nach dem Motto, Purge hat seine ikonischen Masken und die erkennt man immer und überall, also versuchen wir auch ein bisschen eine belichtete Maske und verpassen der Sache eine Portion Würze mit dem Bildschirm, was du gesagt hast, mit dem Display, fand ich richtig cool, gerade wenn man halt eben Gesichter dann einblendet, wo man sich dann denkt, okay, da liegt so ein digitales Gesicht in der Maske, das war schon cool, aber wie du gesagt hast, so richtig ikonisch wird es dann am Ende doch nicht. Es war für einen kleinen Film war es ganz cool, für mehr wird es aber nicht reichen. Ja, ich fand es auch ein schönes Gimmick, aber ja, also es sind halt diese neumodischen LED-Masken, da kannst du schon viel mit machen, also auch viel Dummes eigentlich und er lässt ein paar Chancen liegen. Ja, genau, das ist im Endeffekt so wie mit allem, also wir starten ja dann rein in den Film und die haben, das ist kein Spoiler, also die haben, da stehen dann sieben kurze Gläser und da auf jedem Glas steht eine Todsünde drauf und jeder trinkt halt aus einem der Gläser und dann weiß man schon, aha, der stirbt an Greed, der stirbt an Envy, bla 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 und der stirbt an Glättenie und so weiter und so fort. Ich habe jetzt gerade die Deutschen nicht, weil wir den auf Englisch geguckt haben und dann denkt man sich, geil, jetzt wissen wir ungefähr, wer wie stirbt, ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, weil ich habe nun mal bei den sieben Todsünden, habe ich sieben im Kopf, so wie die halt sterben, die Opfer, aber nach dem Dritten ist vorbei, so dann kommt Messer und Echse und Feierabend, also weil die Ideen sind ja cool, das ist gerade, weil habe ich ja schon gesagt, der Regisseur von The Collector und The Collector, der orientiert sich ja schon auch an Saw, so und der nimmt sich hier auch Konstruktionen und lässt die dann wie bei Saw ja qualvoll sterben und das wirft er dann irgendwann weg und das ist richtig schade, weil wenn, dann ist die Gewalt leider, leider CGI und schlechtes CGI, vor allem das Blut, aber an sich ist das ein gutes Level von Gore, die wir hier sehen, Zero. Wir bleiben bei dem Hauptthema des Films, vertane Chancen irgendwie, diese sieben Todsünden, klar, wenn man es guckt, sofort hat man sieben im Kopf und fand ich cool, fand ich wirklich cool und wie du schon erwähnt hast, er lässt es dann schleifen beziehungsweise nutzt das gar nicht mehr richtig und dann fühlt sich jeder nächste Kill immer so reingezogen aus, ob er dann jetzt dann sagt, das ist aber deswegen gewesen, nee ist es nicht, du hast ihn da jetzt halt gekillt, weil das jetzt gerade gepasst hat, aber das hat jetzt nichts mit seiner Todsünde zu tun und einige passten auch zu den Figuren irgendwie gar nicht mehr dann und ja, das ist alles eine nette Idee, aber schluderig umgesetzt. Ja. Also ich habe auch gedacht, diese Idee mit den sieben Todsünden ist eine coole Sache, da hätte man wirklich was draus machen können, so einen schönen roten Faden, der sich durch den ganzen Film zieht und wie du ja gesagt hast, so die passenden Kills dazu, aber Satz mit X, das war wieder nichts. Ja, richtig. Es ist sehr schade, wie gesagt, weil gerade bei Flüssigkeiten merkt unser Gehirn einfach, wenn es auch noch, also nicht nur CGI ist, weil das ist grundsätzlich nichts, was ich verachte, funktioniert bei John Wick auch super, zum Beispiel, aber gut, das Budget ist anders, aber trotzdem, man sieht einfach, wenn die Flüssigkeiten sich scheiße verhalten und das war ganz, ganz häufig leider so und das bringt mich immer raus, da hätten sie, ja, lasst die psychedelischen Sequenzen weg, weil der wollte auch so ein bisschen auf psychedelisch machen, das war aber auch so random irgendwann gefühlt und lasst die Dinger weg und dann nehmt doch bitte, naja, das CGI weg und macht coole Practicals, weil dann hätten zumindest die ersten drei Kills ordentlich gesessen oder die ersten vier, es gibt ja noch so ein Dildo, in dem eine Klinge steckt, was grundsätzlich eigentlich eine ziemlich coole Idee ist, ja, macht da nichts draus, das hatten wir, habe ich ja gerade schon gesagt oder haben wir ja gerade schon gesagt, wie sehr hat euch das CGI gestört, tatsächlich, Werner? Mich ehrlich gesagt irgendwie so gar nicht, weil mich der Rest drumherum schon rausgerissen hat und you can't kill what's already dead. Das stimmt, was tot ist, kann niemals sterben. Ja, Zero, bei dir? Ja, aber nur ganz wenig, also es hat nochmal so diese, die Sahne auf die Torte, nein, die Kirsche auf die Torte gemacht. Kirsche auf die Torte. Die Sahne auf die Torte, ja, egal. Also der Film hat auf jeden Fall keine Sahne auf der Torte, sondern die Kirsche geht direkt drauf. Geht direkt drauf. Deswegen ist es auch nicht gut, ja. Und da hat mich das dann nicht so abgefragt, aber ich muss nochmal kurz, du hast es ja gerade erwähnt, sonst hätte ich es glaube ich noch gemacht, der Dildo mit der Klinge war schon einer meiner Highlights im Film. Ja, auf jeden Fall. Aber ansonsten. Das war schon fies, also das, so ein Kling-Dildo-Blowjob ist schon richtig scheiße. Muss man einfach sagen. Ist das so. Auf jeden Fall keine Empfehlung. Das ist, keine Empfehlung, nein. Wir sind jetzt auch ein Sex-Podcast übrigens und davon raten wir ab. Von Sex oder von unserem Podcast? Nein, unser Podcast ist großartig und ich, jetzt bin ich ganz verlegen. Was würde ich sagen? Von Klingendildos natürlich. Aber wir sagen auch, seid nicht wie Aaron, bleibt nicht ewig einig. Nein. Seid nicht wie Aaron, ganz genau. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ja, Auflösung, genau, natürlich, das ist ja immer Slasher, viele, die Teenie-Slasher brauchen ja immer krasse Twists und krasse Auflösungen. Eines, einen der Killer, oh scheiße, jetzt habe ich schon was verraten. Naja, vielleicht gibt es mehrere Killer, man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir schon bei einer Person ganz früh gedacht, dass er oder sie das ist. So, seid ihr dem auch auf die Spur gekommen oder wart ihr überrascht? Weil, ich war überrascht, einmal und einmal auf gar keinen Fall überrascht. Ja, das unterschreibe ich so. Einmal überrascht, einmal gar nicht überrascht, das trifft's. Gut. Sego, bist du auch so schlau wie wir? Also, die, die eine Killer-Person, dass ich es gar nicht falsch sage, ja, die war mir auch relativ schnell klar. Also, das ist, ja doch, das kann man sich schon erahnen. Weil, anders würde es ja irgendwie gar nicht klappen. Und, ja, die andere Person, ja, also, mich hätte es gewundert, wenn einer der anderen Leute das ist. Weil, das ist ja schade immer bei den Filmen, wenn man dann schon guckt, wer hat schon viel Screentime, wer nicht. Und, dann nimmt sich der Film das leider so, so zu Herzen, dass man dann auch schon denkt, okay, die Person wird jetzt bestimmt nicht sterben, bevor der Film zu Ende ist. Und dann ist ja nur noch, wie viele Leute hast du übrig meistens? Drei, vier, fünf? Oder, sagen wir mal, drei Leute. Und da musst du dann aussieben. Ja, wer könnte jetzt da noch ein Killer von sein? Ja, das macht ja einfach so 0815. Das ist halt schade, ey. Ich hätte ihn gerne mehr gemocht. Das ist halt das Problem. Ja, das stimmt, weil er grundsätzlich einen grünen Style hatte. Da habe ich aber gute Nachrichten für euch. Es kommt Teil 2. Genau. Es kommt Teil 2. Und es ist jetzt in dem Sinne kein Spoiler, sondern es gibt eine Post-Credit-Scene. Das wollte ich unseren Zuhörern mal so mitgeben, dass da dann schon der nächste Teil offiziell angekündigt wird und dass ihr wisst, schön sitzen bleiben beziehungsweise vorspulen, damit ihr diese tolle Ankündigung nicht verpasst. Yeah. Geil. Hammer. Ja, da freuen wir uns und dann hören wir uns spätestens zu Teil 2 wieder. Wer übrigens auch schon seinen Titel hat, gell, als Anmerkung. Da wird ja direkt genannt, wie der Nachfolger heißen wird. Also das wird dann nicht All My Friends Are Dead 2 heißen, sondern der hat ja dann einen ganz anderen coolen Titel. Also mal gucken, was das wird. Das wird der Knaller. Ich freue mich sehr drauf. Ich werde natürlich gucken für noch mehr, naja, nein, Quatsch, jetzt mal Spaß beiseite. Vielleicht wird das ja was. Smile 1 und Smile 2 sind ja auch grundverschieden, weil Smile war okay und Smile 2 hat uns ja alle doch wirklich abgeholt und vielleicht, manchmal ist das ja so. Und gerade Slasher, nein, was heißt gerade Slasher? Aber so ein Friday, ich bin auch nicht der größte Fan von Friday 1, so, aber der hat hinten raus definitiv ein paar richtig coole Filme und wenn das Geld, wenn die Kasse klingelt, dann wird eh der zweite Teil gedreht. Von daher. Ja. Ist so. Wir kommen nicht drum herum. Wir werden ihn mit Sicherheit besprechen, wenn er denn dann rauskommt. Und ansonsten, um auch hier nochmal, weil ich ja so schön die Alternativen mir überlegt habe, nochmal anzusprechen. Ja, eigentlich jeder bessere Slasher, ne? Also ein Scream und zumindest der erste, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, und so die Dinger. Unabhängig jetzt von den 80er-Slashern. Ich glaube, die brauchen wir nicht andauernd erwähnen, dass die irgendwie cool sind. Was fallen euch noch für cooles Teenie-Slasher ein? It's a wonderful knife. Der ist jetzt zwar kein super Kracher, aber er ist durch die Bank solide, sehenswert und absolut in Ordnung. Der ist jetzt auf Prime gestartet, glaube ich, diesen Monat oder die Woche. Also it's a wonderful knife. Kann man sich als Alternative zumindest mal notieren, aber an erster Stelle würde ich da dann vielleicht doch eher Thanksgiving nehmen von Eli Roth. Das ist ja ein Kino-Lift. Das wäre mein Pick gewesen. Das wäre mein erstes Mal. Ja, ja. Deswegen habe ich mich beeilt, weil ich wusste, irgendjemand von euch würde den nennen. Richtig. Ich. Zero, bei dir? Ich habe auch über Thanksgiving nachgedacht. Aber. Buh, Werner. Wie, wie, oh Gott, wie hieß der? Ist der nur Freaky? Ja. Ah, der Buddy-Switch. Ja. Die Buddy-Switch-Horror-Komödie. Ja. Der ist auch sehr modern eigentlich von, so wie er spielt, auch mit seinen Teenager-Figuren. Hat natürlich eine etwas andere Prämisse noch, ne, durch diesen Buddy-Switch. Aber der ist halt auch der deutlich bessere Slasher als der Film hier. Ja, und der möchte auch nicht super überintelligent sein. Nee. Der macht halt Spaß und ist dann vorbei und ist nicht wie hier. Ja, das stimmt. Also ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass der, dass der All My Friends Are Dead doch einigen ordentlich gefallen wird. Vielleicht nicht so Horror-Vielguckern oder generell-Vielguckern wie wir, sondern Leute, die sich, ich war ja auch in Smile 2, da sind halt dann abends die Teenies oder die jungen Twins, Alter, die mussten, die haben den so abgefeiert und die haben so geschrien und so gelacht, weil sie sich so erschreckt haben. War tatsächlich auch nicht störend, aber solche Menschen gibt es ja auch. Es sind ja nicht alle so wie wir. Abgefuckt. Und die kann ich, ja, so richtige Vollidioten, die sich nur Scheiße angucken und die haben, glaube ich, gefallen an dem Film. Könnte ich mir vorstellen. Ja, die können, glaube ich, auch noch besser connecten, gerade mit diesem dauernd am Handy, jeder ist Influencer und so weiter und so fort. Sind wir ja doch mal drei, vier Jahre entfernt von. Wir kriegen das zwar alles mit, aber ich glaube, die können da auch wirklich mehr mitleben. Und auch dieses Karma-Palusa-Ding, klar waren wir, glaube ich, auch irgendwie mal auf so Music-Festivals oder sonst was, aber das ist ja schon was ganz anderes wie die das leben, diese Festival-Sachen. Ich glaube, das kommt da bei den jüngeren Leuten gar nicht so verkehrt an der Film. Ja, das denke ich auch. Das ist so ein bisschen, ich habe dir Bodies, Bodies, Bodies geguckt, das war ja auch so ein bisschen TikTok-Generation. Aber der lief bei uns nicht. Okay, den fand ich ganz cool. Nicht so gut, wie er gemacht wurde, aber der hat mir Spaß gemacht. Nein, was heißt Spaß gemacht, den fand ich ganz okay. den könnte man vielleicht auch noch erwähnen. Und was man auch noch unbedingt erwähnen muss, bevor wir jetzt gleich Feierabend machen, der letzte Monat ist ausgefallen aufgrund von Technikproblemen. So, das wollte ich eigentlich am Anfang setzen, habe ich aber vergessen. Da ging halt was schief, das passiert mal, dunkel laufen, damit haben wir das abgehakt von der Liste und ich denke, wir sind fertig. Es sei denn, ihr wollt noch was ganz Wichtiges loswerden. oder eure Eltern grüßen oder irgendwas. Meine Mutter weiß das nicht. Ich wollte vielleicht anmerken, als Entschädigung dafür, dass die letzte Runde ausgefallen ist, habt ihr dafür heute eine Minute mehr bekommen. Ich glaube, das ist fair. Ja, ganz genau. Wie geil. Meine Eltern brauche ich nicht grüßen, die wissen, dass ich viel Scheiße labere, die hören sich das dann nicht nochmal an und das erspare ich denen dann auch. Nee, wie gesagt, war wieder durch eine durchwachsende Filmhauswahl bei uns. wie so immer. Aber ich glaube, für jeden was dabei. Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube, eine komplette Grütze Rippy, dann haben wir All My Friends Are Dead, der nicht ganz überzeugen konnte und den, unsere Vampiren, die einfach uns alle richtig geflasht hat. so, das kann man so sagen. Und wir wissen ja, also wir gucken ja die Filme nicht und entscheiden dann, ob wir darüber casten, sondern wir gucken uns, wir suchen uns drei aus und lassen uns quasi selber überraschen. Und dieses Mal, würde ich sagen, ist uns das gut gelungen und es war eine gute Mischung. Oder? Denke ich? Ja. Ja. Ja, ne? Mal sehen, was jetzt so als nächstes anliegt. Irgendwas hatte ich, habe ich aber vergessen. Ich vergesse viele Momente, fällt mir auf. Aber halb so wild. Dann folgt uns überall, weil wir sind mindestens so krasser Influencer wie die Leute im Bus in AMF, M-M-A-M-F-A-D. Ach, was ist der Teufel? Überall, wo es Likes gibt. Wir sind auch wieder bei Instagram. Da ist auch letztens bei Instagram was schief gelaufen. Aber es ist alles geregelt, weil unser Chef Andi einfach ein krasser Typ ist. Grüße gehen raus. Kommt auf unseren Discord, dann habt ihr noch mehr Spaß im Leben. So, das ist einfach die Wahrheit. Ich verabschiede mich. Vielen Dank euch beiden. Ihr habt das letzte Wort. Werner und dann Zero und dann tschüss. Auch ich sage vielen Dank fürs Zuhören, liebes Publikum. Danke an euch beide, dass ihr mit mir durch dick und dünn geht, was Filme angeht. Immer wieder eine lustige Runde, aber ich will es gar nicht weiter in die Länge ziehen. Danke an alle. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und jetzt zum Besten am Ende. Scheiße, der Druck steigt. Ja, ich möchte mich auch verabschieden. Und ich halte es so, wer bei uns im Discord ist, der hat mehr Sex als Aaron. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.